Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute, wie man diesen noch etwas buggy fliegenden Ford fliegen kann. Ich zeige euch, wie man die Mod installiert und dann sehen wir uns jetzt bis gleich. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist hier den Link zu folgen, der in meiner Videobeschreibung ist. Dort kommt ihr dann hier raus beim Ford Agila und dort geht ihr auf Files, nachdem ihr euch ein Konto erstellt habt. Dann seht ihr hier Ford Agila und dort macht ihr Manual Download. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr diesen Ford Agila Ordner, den tut ihr mit Rechtsklick Winra entpacken. Winra ist in der Videobeschreibung auch verlinkt. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf den Ordner und dort habt ihr drei Dateien. Was ihr jetzt macht, ist ins Team reinzugehen, Rechtsklick bei Hogwarts Legacy, Eigenschaften, lokale Daten und Durchsuchen. Wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr nämlich bei Hogwarts Legacy, bei diesen drei Dateien raus. Ihr geht auf Phoenix, dann auf Content und dann Pax, geht ihr drauf und macht hier einen Mods Ordner mit diesem Fähnchen dran. Auch das habe ich in der Videobeschreibung reingepackt. Wenn ihr da drauf geht, tut ihr es einfach hier einfügen, ja. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr einfach ins Game rein und könnt den geilen Ford Agila fahren. Ja, er ist noch ein bisschen buggy, aber es ist witzig, was ihr wissen müsst, ja. Wenn ihr auf Escape geht, dann auf Ausrüstung und dann geht ihr rechts bei Besen, ja. Dann ist das ein Besendesign. Ganz wichtig. Heißt, ihr müsst es euch vielleicht auch noch kaufen, ja. Rechnet es auf jeden Fall ein. Der Besen kostet 600. Ich habe zwar alle, aber da müsst ihr auf jeden Fall dran denken, ja. Also Besen. Und dann ist er hier bei dem Design drin, Leute, ja. Also ganz wichtig. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann lasst ein Like da, kommentiert, abonniert. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüss.